90 Minuten lang Hass-Tiraden und scharfe Attacken. In einem aggressiv geführten TV-Duell haben die US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump ihre Pläne für eine Amtszeit vorgestellt und dabei nicht mit gegenseitigen Vorwürfen gespart. Im Kern ging es um Top-Themen des Wahlkampfs wie Wirtschafts- und Migrationspolitik, Abtreibung und Außenpolitik. Während Harris versuchte, eine hoffnungsvolle Botschaft von einem wiedergeeinten Land zu verbreiten, entwarf Trump das Bild vom Niedergang der USA und einem gescheiterten Staat. Der Republikaner warf der demokratischen Vizepräsidentin einmal mehr vor, eine Marxistin zu sein und keinen Plan zu haben. Harris warf Trump wiederum vor, in seiner Zeit als Präsident das Land in die schlimmste Arbeitslosigkeit gestürzt zu haben seit der großen Depression. Beim Thema Abtreibung warf Harris Trump vor, Lügen zu verbreiten. In der Außenpolitik bezeichnete sie ihn als internationale Lachnummer. Trump weigerte sich im Verlauf des Duells erneut, seine Wahlniederlage im Jahr 2020 anzuerkennen. Im Anschluss an die Debatte, die er als seine bisher beste rühmte, versuchte er einige seiner Aussagen zu relativieren. Ich hasse es so negativ, über unser Land zu sprechen, aber so ist es nun einmal, sie haben unser Land ruiniert. Unmittelbar nach Ende der Debatte forderte das Harris-Team den Republikaner auf, sich an der zweiten Debatte zu stellen. Bisher hatten sich beide Lager nicht auf weitere Termine einigen können. Für eine Überraschung sorgte US-Popstar Taylor Swift wenige Minuten nach Ende des Duells. Sie erklärte auf Instagram, sie werde bei der Wahl am 5. November Harris ihre Stimme geben.